Was war das für ein Heftflingskleidung? Heftflingskleidung, gestreiften Anzug, weiter nichts. Holzbantin und keine Strümpfe, sondern Zeitungspapier. Im Winter? Im Winter, es gab nichts anderes. Nur so ein Zeitungspapier. Und Zeitungspapier ist wärmer als was weiß ich. Aber die haben die Armeen auch gemacht in Russland. Die haben auch Zeitungspapier. Weil sie keine Strümpfe mehr hatten. Strümpfe habe ich nie gesehen. Strümpfe gab es nicht. Es gab nur diese Häftlingskleidung mit der Häftlingsmütze, diese gestreifte Kleidung. Hier oben war ein Winkel und an der Seite war ein Winkel. Und das war alles. Und damit haben wir im Winter im Bauhaus gearbeitet. Ab und zu sind welche erfroren oder umgefallen, weil sie älter waren. Aber das war nicht so viel. Das war nicht so. Ich bin jetzt mal ein Winkel. Aber ich habe auch schon gehört. Es wurde die Möglichkeit, die sich an.